Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Vollarty. Ich bin Matthias Klocker. Schönen Freitag. Kinder im Sommer nie alleine im Auto lassen. Auch nicht nur für kurze Zeit, warnen heute Verkehrsexperten. Anlass ist der Tod eines eineinhalb Jahre alten Buben in Nenzing. Die Mutter hat den Buben am Dienstag bei 30 Grad im Auto gelassen, weil sie ihn nicht wecken wollte. Das Innere eines Autos hitzt sich allerdings sehr schnell auf, mahnt Thomas Young vom ABÖ. Die Temperaturen, die da drinnen dann zum Tragen kommen, können mitunter ähnlich hoch werden wie in einer Sauna. Sprich 50, 60, 70 Grad. Und das ist dann speziell für Kinder natürlich eine Katastrophe. Wenn man als Passant einem Auto zurückgelassenes Kind sieht, sollte man auf alle Fälle reagieren und die Polizei rufen. Die Tore, die man nicht schießt, die kriegt man. Diese alte Fussballer-Weisheit hat sich am Abend bestätigt. Der SCR Alltag verliert in der vierten Runde der Euroleague-Quali. Trotz überzeugender Leistung mit 0 zu 1 gegen Makabi Tel Aviv. Jan Zwischenbrucker. 1 zu 0. Es ist noch nicht allzu viel passiert. Das Spiel zeigt, dass wir auf jeden Fall ebenbürtig sind. Und im Rückspiel werden wir nochmal alles reinlegen. Das Rückspiel gibt es nächste Woche, Donnerstag in Israel. Ein Nummer 14-Jährigen ist gestern in Hittisau bei Holzarbeiten seiner rechter Arm im Bereich des Oberarms abgetrennt worden. Der Bursche war von der rotierenden Zapfwelle eines Traktors erwischt worden. Wir könnten diesen Sommer ein Rekordergebnis an Gästen in Vorarlberg erzielen. Das sagt Landeshauptmann Markus Wallner heute. Die Gästezahlen vom Vorjahr im Mai und Juni wurden bereits deutlich übertroffen. Der Landeshauptmann will Vorarlberg touristisch an die europäische Spitze bringen. Deshalb hat Wallner jetzt 200.000 Euro für die Tourismusstrategie 2020 freigegeben. Vielen Dank fürs Zusehen und ein schönes Wochenende.